Das ist die Insevedung. Im Mai, das optimale Reisewetter. Es sind noch nicht alle Touristen dort, aber es ist schon fast alles offen. Die Schiffe fahren, alle bereiten sich auf die Saison vor. Optimal warm genug und optimales Wetter, um den deutschen Regen im Mai zu fahren. Das war ja auch von wonderfreak.de, exklusiv auf logomond.de, das Genießermagazin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017